Es ist eine der größten privat organisierten Benefizrat-Touren und schaffte es, in den vergangenen 38 Jahren mehr als 42 Millionen Euro zusammenzutragen, die zu 100 Prozent den Kindern zugute kamen. Mein Name ist Reinhard Schagitz und ich bin jetzt im 17. Jahr bei der Tour der Hoffnung dabei, um eben die Verlosung zu betreiben. Man nennt das die Spendensammlung mit Gratisverlosung, auch so notiert in Hessen und wir haben ein Verlosungsfahrzeug. In diesem Jahr ist es ein Skoda Rapid im Wert von 20.000 Euro und dieses Auto ist gesponsert worden von namhaften Firmen aus dem Kreis Gießen. Das heißt, jeder Euro, den wir hierbei einnehmen, kommt der guten Sache zugute im Kampf gegen den Kinderkrebs. Wir verkaufen die Lose für zwei Euro das Stück und nach oben hin ist keine Grenze gesetzt. Und wir hoffen uns damit, dass wir einen großen Betrag zusammenbekommen, der dann in die große Kasse hineingeht im Kampf gegen den Kinderkrebs. Ist das das erste Mal oder das wievielte Mal? Das ist für mich jetzt das 17. Mal, wo wir das tun. Und die Tour selber fährt ja seit nun im 39. Jahr. Im nächsten Jahr sind es 40 Jahre. Und in diesen 40 Jahren sind mehr wie 40 Millionen an Spenden eingesammelt worden im Kampf gegen den Kinderkrebs, Womit wir sehr viel Forschung unterstützen, womit wir Elternvereine unterstützen, womit wir Krankenhäuser unterstützen, um eben diese heimtügliche Krankheit, die es noch immer gibt, auch weiterhin zu bekämpfen. Sämtliche Kosten, die Organisation und Umsetzung der Veranstaltung betreffend, werden von Sponsoren getragen. Die Radler kamen am Samstag mit Polizeieskorte und Blaulicht auf dem Marktplatz angefahren. Dafür bekam die Polizei einen besonderen Dank von Maria Kielmann und ihrem Moderationskollegen Thomas Ernst. Die Polizei hat die Radfahrer über die etwa 300 Kilometer lange Strecke unfallfrei begleitet. Die 30. Tour der Hoffnung Raden durch Deutschland für Leute, die keine Kinder. Lassen Sie Ihren Applaus nicht abreißen. Wir freuen uns riesig bei Ihnen in Lauterbach zu sein und haben auch einige Gäste mitgebracht und erwarten auch hier einiges für die gute Sache, nämlich für die Aktion gegen Kinderkrebs. Bitte schön. Ja, wir kommen gerade von einem Feiermarathon. Wir wollen ihn auch weiterführen. Beim Stichwort Marathon möchte ich eine Sportlerin vorstellen, die mit dabei ist. Sie hat so ziemlich jeden Marathon gewonnen, den es gibt auf der Welt. Claudia Dreher. Und auch er läuft Marathon allerdings auf Inlineskates, Michael Puderbach. Mit dabei ist er heute wieder da, Ewan Epsengeger, Weltmeister am Rekt. Und wir machen weiter mit dem Mann, unserem Schwimmer Klaus Steinbach. Ebenfalls mit dabei ist der Moderator der Essenschau, Andreas Hieke. Und wir haben einen waschechten Fußball-Weltmeister mit dabei, Jupp Kapellmann. Michael Puderbach, Greencating. Ja, natürlich ist sie wieder dabei, hier vorne am Mikrofon, Marina Kielmann, dreifache Eiskunst-Deutsche Meisterin. Wir machen gleich hier vorne weiter und freuen uns auch, natürlich unsere Schirmherrin bei uns zu haben. Wir freuen uns, dass wir begrüßt werden durch den ersten Kreis beigeordneten Dr. Jens Mischak. Herr Mischak. Ja, liebe Marina Kielmann, lieber Thomas Ernst und vor allen Dingen liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 39. Tour der Hoffnung. Willkommen im schönsten Landkreis Hessens, im Vogelsbergkreis und in der wunderschönen Stadt Lauterbach. Alle Bürgerinnen und Bürger einen herzlichen Applaus für die Teilnehmer der 39. Tour der Hoffnung. Ich darf Sie alle ganz herzlich im Namen des Vogelsbergkreises hier bei uns begrüßen. Wir sind sehr stolz darauf, dass Sie drei Orte des Vogelsbergkreises bei der 39. Tour der Hoffnung als Ihre Standorte dieses Jahr ausgesucht haben. Sie waren bereits in Gräbenau. Sie sind jetzt in der Kreisstadt in Lauterbach und fahren anschließend weiter nach Schlitz. Genießen Sie das Wetter. Wir haben dafür gesorgt, dass der Himmel blau angemalt ist, dass die Sonne strahlt. Für Sie ist es sehr heiß. Sie können sich jetzt ein bisschen abkühlen, hier auch bei unserer Eisdiele. Und wir sagen herzlich Danke dafür, dass in diesen 39 Jahren seit 1983 viele, viele Radkilometer, um die 12.500 Kilometer und darüber hinaus einiges an Geld zusammengekommen ist. Und auch in diesem Jahr hat hier die Kreisstadt und die Region dafür gesorgt, dass die Summe noch ein Stück wachsen kann. Das ist, wie man auch heute sieht, gelebter Gemeinsinn. Es geht eigentlich nicht besser, was für die gute Sache zu tun, sich dabei auch noch sportlich zu betätigen. Und wir freuen uns darauf, wenn Sie auch in zukünftigen Jahren die Region wieder auswählen. Wir sollen es kurz machen. Das will ich tun. Darf Ihnen abschließend auch vom Kreis eine kleine Zuwendung mit auf den Weg geben. Für Sie vor allen Dingen noch unfallfreie Fahrt. Herzlichen Dank und alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank im Ersten Kreis, Freigorn und Dr. Jens Mischock. Wir machen weiter mit dem Spendenrein. Und freuen uns, dass dabei ist der Stadtrat Lothar Pietsch. Herr Pietsch. Vielen Dank. Mein Name ist Lothar Pietsch und ich begrüße Sie ebenfalls alle ganz herzlich und freue mich, dass Sie die Organisatoren der Tour der Hoffnung in diesem Jahr Lauterbach als eines der Etappenzwischenziele ausgewählt haben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Willkommen. Gerne beteiligen sich die Bürger, Vereine, Gewerbetreibende und Vertreter von Industrie und Handel aus Lauterbach und seinen Stadtteilen an dem Spendenaufruf zum Kampf gegen den Kinderkrebs. Und gerne haben wir, die Stadt Lauterbach, diesen Zwischenstopp für Sie, die Teilnehmer der Radtour, organisiert. Unterstützt wurden wir unter anderem durch Velo, Kultur, Bikertour. Danke für die Zurverfügungstellung des Bikertracks, den Getränken und Frecks. Danke, Herr Nüchter, für Ihr Engagement. Die weiteren Erfrischungen werden durch das Fahrradtaxi und Lastenradzentrum Lastorado Lauterbach zur Verfügung gestellt. Danke, Frau Müller. Es ist mir eine Freude, hier und heute im Namen folgender Personen, Vereine, Unternehmen aus der Stadt und Stadtteilen von Lauterbach, die im Rahmen der Tour eingegangenen Spenden an Sie, die Vertreter der Tour der Hoffnung, zu überreichen. An der Spendenaktion haben sich beteiligt der Familienverein Mobile e.V., vertreten durch Frau Liller, für die Familie Rinke, vertreten durch Frau Satia Rinke, die STI Group Lauterbach. Eine Spende ist eingegangen von der Netzfabrik Rudolf Baumbach Lauterbach, Unternehmensberatungsgesellschaft Heiner aus Frischborn, Karamann Gebäudereinigung. Vielen Dank, Herr Karamann, für die Spende. Die Waldgesellschaft der Riedesel, Freiherr zur Eisenbach, ebenfalls vielen Dank für die Spende. Pfeiffer Holz GmbH Wallenroth, Vodronik Elektronik System GmbH Lauterbach, Herr Steven Lomp, Volksbank Lauterbach Schlitz. Vielen Dank, Herr Lautenschläger, ich habe Sie ja schon unter dem Publikum gesehen. Ortsbeirat Rimmlos, die Familie Thilo und Susanne Staffer, Backhausverein Rimmlos, Herr Kurt Wiegel, die Firma Reifenbrot, vertreten durch Herrn Klausbrot, Bauart, beratende Ingenieure, Lauterschätze, Frau Dagbar Brabant. Dann Posthotel Johannesberg, vertreten durch Herrn Rainer Dietz, die Sparkasse Oberhessen, vertreten durch Herrn Willer und die Firma Synetcon GmbH, vertreten durch Sabine Martini-Hanske. Dann kommen dazu Döll und Partner Lauterbach, die Buchhandlung Lesezeichen Lauterbach, ehemaliges Uhrengeschäft Mehring Lauterbach, die Bäckerei Günther in Lauterbach, die Wellnessinsel in Lauterbach, A-Bauer-Optik in Lauterbach, ehemalige Fotopost, die Bahnhofapotheke, die Pizzeria Firenze in Lauterbach, nochmals die Sparkasse Oberhessen, nochmals das Posthotel Johannesberg, das Rechtsanwalt- und Notarbüro Finnefro, Wolf und Schul, nochmals die Volksbank Lauterbach-Schlitz mit einer Spende, das Geschäft Sportriegel, vertreten durch Herrn Traband, die Frau Luft, Stadtgeflüster, vielen Dank Frau Luft, Lichtspielhaus Lauterbach, Restaurante Pizzeria La Piazzetta, der Rosano, Flatrate Tattoo, vielen Dank Herr Philipp, die Genießerzeit Weinhandlung, Haarbauer Akustik, vielen Dank Frau Schneider, Wolfgang von Alt, Schuhgeschäft Familie von Alt und die Eheleute Kimbel, ebenfalls habe ich Sie gesehen, dass Sie hier mit am Platz anwesend sind, vielen Dank. Insgesamt dürfen wir einen Steck überreichen in Höhe von 9.000 Euro. Wir sind der Meinung, das ist Spiegel, Spiegel! Aber damit nicht genug, oder wollen Sie das ankünden, eine weitere Spendenübergabe liegt ja vor und der Vertreter ist ein Aktiver, ein Aktiver aus Lauterbach. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das war ja schon eine ganz schön beeindruckende Liste, aber die ist nicht zu Ende. Denn, ihr kennt, viele von uns kennen ihn, er ist lange Jahre mitgeradelt, hat mir gerade ein Foto und Gemeinsames gezeigt von vor 19 Jahren. Kann ja gar nicht so lange er sein. Wir sehen noch knackig aus, hat er gesagt. Ja klar. Als Vertreter des Lions-Clubs, Dr. Reinhard Gößler. Liebe Spotsfreunde, noch näher ran, es ist für mich eine Ehre, hier heute zu stehen. Und ich möchte nur eine ganz kleine Geschichte erzählen. Lauter! 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 Es war im Jahr 1993. Wollen wir einsprechen. Dankeschön, wenn das ist in der hessischen Rundfunk, weiß das. Also 1993, da haben wir den leider verstorbenen Vater, der dort erhofft und den Helmut Becker, Gerhard Becker eingeladen hier nach Lauterbach. Und der hat uns damals einen Vortrag im Lions Club gehalten und hat uns erzählt, was noch mal Kinderleukämie ist und wie wir da helfen könnten und so weiter. Ich will das jetzt nicht so ausdehnen. Und dann hat unser Lions Club sich in diesem Jahr diesem Thema gewidmet, hat eine Tombola gemacht und viele andere Dinge in eine größere Summe gegeben. Und nun stehe ich heute nach 29 Jahren wieder hier. Und ich muss noch dazu sagen, der Gerhard Becker hat meine Frau und mich, der wusste, dass wir Rennradfahrer sind, immer wieder eingeladen mitzufahren. Und wir sind aber immer nur die Pro Tour mitgefahren rund um Gießen, 70 Kilometer. Wir haben Spenden eingesammelt, so wie ihr heute. Und wir haben Spenden mitgebracht. Und eine alte Freundin von mir, der habe ich hier gerade ein wunderbares Foto geschenkt aus dem Jahr 2003. Nun habe ich aber etwas mitgebracht. Im Auftrag meines Lions Clubs überreiche ich hier wieder einmal einen Goldbarren. Da ist der Goldbarren. Guckt ihn euch an. Der ist aber, ich wollte ihn hochheben. Er ist interessanterweise sehr leicht. Er ist also nicht so schwer, wie jetzt ein richtiger Goldbarren wäre. Er ist nur eine Umhündung von einem Überweisungsformular, das wir als Lions Club an die Tour der Hoffnung geben. Und das könnt ihr euch nachher mal angucken. Und das wollte ich da mal überweisen. Doch, die Marina hat schon drunter gelinst, aber sie guckt jetzt nochmal genauer. Es sind 1.000 Euro. Und damit sind die 10.000 Euro. Die anderen Leute haben gerade gesagt, wir haben 9.000 und wir daumen. Das ist eine schöne Runde zurück. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg und vor allem keine Unfälle. Ich habe auch in den letzten Jahren, wir sind ja ein paar Mal mitgeragelt, Massenstürze erlebt und das ist sehr unschön. Und ich hoffe, dass ihr verschont bleibt. Danke, tschüss. Ja, bleibt gesund. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank unserem langjährigen Mitrad, Dr. Reinhard Gößler. Lieber Reinhard, schön, dass du heute bei uns bist. Vielen, vielen, vielen Dank. Ruhig bei uns bleiben, natürlich selbstverständlich. Wir stehen heute natürlich auch unter dem Namen, radeln wir, eines großen deutschen Lebensmittellieferanten. Ich weiß nicht, was ihr sonst noch alles verkauft. Ich freue mich, dass sie extra zu uns gekommen ist. Weite Anreise heute. Sie ist bei uns von der Firma Lidl, freuen wir uns. Die Juliane Willi bei uns. Herzlichen Dank. Herr Reinhard, wir tun uns. Hat schon gesagt, sie ist ganz traurig, dass sie nicht mit dem Rad mitfahren kann, aber vielleicht nächstes Jahr, oder? Ja, also nächstes Jahr würde ich definitiv gern mit dem Rad mitfahren. Ich halte mich auf kurz. Ich finde es toll, wie viele von Ihnen sich so aktiv für so etwas Tolles engagieren. Weil damit geben sie den Menschen genau das, was sie auch versprechen, und das ist die Hoffnung. Also ich finde es toll und ich finde es auch sehr schön, dass wir zumindest als Dieter einen kleinen Beitrag dazu mit beitragen können. Wir haben einen großen kleinen Check vorbereitet in Höhe von 5000 Euro. Also hier ist ja wirklich mal so, hier sehen wir eigentlich, wovon wir leben. Wir leben davon, dass kleine Städte, Gemeinden wirklich, ich weiß gar nicht, wie es ausgesehen hat, ich weiß nicht, wer hier mit dem Spindendopf durch die Gegend gerannt ist und ob er noch beliebt ist jetzt, wenn er an den Türen klingelt. Aber irgendjemand muss ja sehr, sehr aktiv gewesen sein hier in Lauterbach. Und um die Liste, als ich vorhin die Liste gesehen habe, da sage ich, da stehen wir jetzt ein bisschen länger, aber es hat sich wirklich gelohnt und wir sind sehr, sehr glücklich, dass Sie so viele Menschen hier in Ihrer Stadt Lauterbach bewegen konnten, zu unseren Gunsten, beziehungsweise eben zu Gunsten der Kinder, für die wir radeln, etwas zu tun. Danke, danke. Wir haben aber auch, wir erreichen aber auch große Unternehmen, bundesweit und europaweit bekannte Unternehmen. Auch dort gelingt es uns, Türen zu öffnen, vielleicht auch Herzen zu öffnen. Irgendeiner muss es am Ende ja entscheiden, dass wir begünstigt werden. Und so gelingt es uns eben auch von einer Firma Lidl, einen Scheck über 5000 Euro entgegenzunehmen. Und das zusammen, eben dieses Gemeinschaftsprojekt in den Gemeinden, in den Städten, ganz viele Menschen zu kleinen und großen Beträgen, dann zu einem ganz großen Betrag zusammenzubringen, aber auch die Unternehmen auf unsere Seite zu holen, das ergibt eben letztendlich die Spendensumme, die wir vielleicht heute Abend hoffentlich dann verkünden können und mit der wir ganz sicher, wir ganz, ganz viel Hilfe leisten können. Und deswegen an alle Beteiligten, auch für den ganz großartigen Empfang heute und für die, die an den Getränkeausgaben und überall waren und die Bühne aufgebaut haben, ganz, ganz herzlichen Dank. Der Matthias Rinn kommt noch mit dem Präsent für die Stadt Lauterbach natürlich. Petra Behle wird das übergeben. Mein Name ist Jens Mischak, ich bin erster Kreisbeigeordneter im Vogelsbergkreis und wir haben eben eine wirklich sehr, sehr schöne Zwischenetappe der 39. Tour der Hoffnung hier in der Kreisstadt gehabt. Wir sind sehr stolz darauf, dass die Tour dieses Jahr drei Orte ausgewählt hat bei uns im Landkreis mit Grebenau, Lauterbach und Schlitz. Und es ist die 39. Tour, 12.500 Kilometer sind seit 1983 geradelt worden und immerhin 42 Millionen Euro sind in dieser Zeit an Spenden durchs Radeln zusammengekommen. Das ist gelebter Gemeinsinn und wir hoffen, dass wir auch in den zukünftigen Jahren noch viel dazu beitragen können. Wir haben es erlebt, dass sich viele Geschäftsleute, Gewerbetreibende, freie Berufe auch an den Spenden hier in Lauterbach beteiligt haben. So soll es sein, sind wir sehr stolz darauf, da einen Beitrag haben, leisten zu können. Und was bedeutet es denn für den Vogelsbergkreis? Naja, dass wir attraktiver Standort sind, auch für den Sport und vor allen Dingen für den guten Zweck. Wir sind ja nicht zum ersten Mal auch Teil dieser Tour und hoffen darauf, das sagte ich schon, dass es auch in zukünftigen Jahren so sein wird, dass wir uns damit ein Stück weit beteiligen können und helfen können. Jetzt noch mal. Danke schön.